Filmabende sind super, solange man genug Snacks hat. Äh, hier. Bin ich jetzt fürs Nachfüllen zuständig? Lass Kevin Nachschub holen. Du siehst heute Abend echt toll aus, Kevin. Oh, versteh schon. Ich soll nachfüllen. Ich werd mein Lieblingsteil verpassen. Was ist das denn? Nee. Ah, das ist perfekt. Hey, was ist denn mit dem Ding los? Na, was soll ich denn jetzt machen? Ist hier noch was anderes Leckeres? Oh, ich glaub, damit kann ich arbeiten. Für einen tollen Snack kannst du Schokolinsen mit Popcornkörnern in einer Pfanne vermischen. Dann lehne dich zurück und genieße die Show. Zuckern, Salz, Krien, einen Wahnsinns-Snack. Und wenn die Kerne erstmal anfangen zu poppen, weißt du, dass sie fast fertig sind. Ist das Glas abgekühlt? Dann dreh die Schale einfach um. Ziemlich einfach, oder? Immer noch hungrig? Bitte sehr. Äh, Kevin? Ach, ich wünschte, ich könnte nach draußen. Ich hasse es, verletzt zu sein. Ein leckerer Snack sollte mir die Zeit vertreiben. Oh, die sind super salzig. Ach, meine Limo. Und die ist wahrscheinlich auch noch kalt. Mann, warum müssen die so weit weg? Na los, ich brauch nur einen Schluck. Ah, hier muss wohl ein kleines Hilfsmittel her. Ah, die Strohhalme hab ich total vergessen. Ich baue mir einfach was zusammen. Okay, das sollte funktionieren. Noch ein paar Strohhalme mehr. Und wir haben Kontakt. Und jetzt wird getrunken. Oh, das ist der Traum eines jeden Faulenzers. Das Mittagessen ist da. Oh, und die Salate sehen köstlich aus. Lass uns essen. Hm, das könnte noch ein bisschen Würze vertragen. Äh, kommt da überhaupt was raus? Mal los, jemand zu Hause? Ja, vielleicht solltest du aufgeben, Vic. Es gibt eine einfachere Lösung. Lass dir einfach vom Salz helfen. Treibe es einfach an diesen Erhebungen. Die Vibration lockert die Verstopfung in den Löchern. Möge es schmackhaft werden. Salz und Pfeffer werden nie wieder wie früher sein. Du bist ein Restaurant-Magier, Lana. Es ist immer schön, wenn man gemütlich Zeit zum Frühstücken hat. Mit einem Glas frischer Marmelade natürlich. Ist das Ding zugeklebt? Warum willst du denn nicht aufgehen? Och, ich will dich doch nur essen. Wow, was ist los? Ach, dieses blöde Glas. Anscheinend muss man ein Halb sein, um es zu öffnen. Ja, vielleicht brauchst du nur ein bisschen Hilfe. Zieh zu und lerne. Dieses Klebeband wird deinen Tag retten. Wickle Klebeband um den Deckel. Wenn es schön fest ist, zieh am Ende. Unglaublich. Danke. Du hast es wahrscheinlich gelockert. Oder ich bin stärker, als ich dachte. Keine Angst, Jungs und Mädels. Kein Deckel kann es mit Super-Wiki aufnehmen. Hä? Vergünst du eins? Ach, danke. Ich liebe diese Marmelade. Okay. Guten Morgen, Schätzchen. Ich check mal besser mein Handy. Das brauch ich nicht. Schon. Wo ist es denn? So, die drei verpasste Anrufe. Vicky hat wohl krasse Neuigkeiten. Ja, aber sie hat ihren Rucksack unbeaufsichtigt gelassen. Brutus. Meine Kinokarten. Ich muss los. Ob ich die noch benutzen kann? Böser Junge. Hey, Vicky. Was ist denn los? Sieht aus, als würde ich alleine ins Kino gehen. Dein Ticket ist für den Müll. Warum musste ich mir bloß einen Hund zulegen? Sorry, Süße. Aber es ist doch noch nicht alles verloren. Wir können uns einfach in eine Person verwandeln. Ja, dehnbare Hosen sind super, oder? Und natürlich übergroße Komotten. Halt dich fest, Lana. Wir gehen ins Kino. Und wir brauchen nur ein Ticket. Fast geschafft, Lana. Einmal bitte. Eine Person bitte. Dankeschön. Ein weiterer Tag, eine weitere Stunde Haare glätten. Richtig, Lana? Okay, das sollte reichen. Was ist besser als perfekte Haare? Oh Mann, du kannst ja nicht einfach so an jemanden ranschleichen, Adam. Ja, es sei denn, du willst eine Tasse Wasser abbekommen. Mann, Lana, ich habe mich gerade erst angezogen. Und außerdem hatte ich auch noch ein paar Scheine in meiner Tasche. Jetzt sind sie alle durchnässt. Wie in aller Welt soll ich die denn jetzt noch benutzen? Hehe, sorry. Nimm mein Glätteisen. Vielleicht hilft das ja. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Glätteisen könnte in einer solchen Situation wirklich die Lösung sein. Nimm deinen feuchten Geldschein und streiche schnell mit einem Glätteisen darüber. Wow, das funktioniert wirklich. Nicht schlecht, oder? Diese alltäglichen Geräte sind multifunktionaler, als man denkt. Ich muss mir auf jeden Fall so ein Glätteisen besorgen. Siehst du, man merkt gar nicht, dass die mal nass waren. Na, wenn es denn nichts ausmacht, werde ich jetzt losziehen und diese Scheine ausgeben. Naja, aber erst muss ich meinen Pullover wechseln. Beginne den Tag mit ordentlich Schaum. Das werde ich brauchen. Oh, die neue Seife, die riecht so gut. Ähm, ja, aber wo soll ich sie denn hinlegen? Da. Oh oh. Pass auf, Bella. Und plums. Hä? Oh je, da schaue ich besser mal nach. Alles okay, Bella? Ich wurde eingeseift. Hilf mir. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber, ja, vielleicht kann ich dir helfen. Mit einer Heißklebepistole kannst du Widerstand auf der Oberfläche erzeugen. Du kannst sogar Glicksackkleber benutzen. Wenn du erstmal ein Viereck gemacht hast, fügst du kleine Wellen hinzu. Und sobald der Kleber trocken ist, kannst du die Seife drauflegen. Gern geschehen. Wow, Vicky, danke. Jetzt kannst du dir die Seele vom Leib singen. Aber tanz besser nicht. Nach einer schönen, heißen Dusche fühlt sich dein Handtuch besonders angenehm an. Ups. Gut, dass das keiner gesehen hat. Versuchen wir das nochmal. Guten Morgen, Mick. Äh. Oh, ähm, Entschuldigung. Mann, das ist ja ein wahrer Albtraum. Was ist das denn alles? Klettverschluss? Hm, das sollte funktionieren. Um peinliche Handtuchssituationen zu vermeiden, gib etwas Kleber in die Ecke. So. Dann klebe ein Klettverschlussquadrat drauf. Und jetzt dasselbe ein paar Zentimeter weiter. Klebe nun das passende Klettverschlussteil darauf. Jetzt kannst du sicher sein, dass dein Handtuch nicht mehr herunterfällt. Nicht heute, Handtuch. Mann, ich könnte in diesem Ding nen Tanz hinlegen. Das ist ja, dass du, was du, was du. 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 Ja. Du. Du. Ja. Du. Bis zum nächsten Mal.